ja hallo und herzlich willkommen zurück zu minecrack wir haben eben spieler gesehen und wir wissen nicht ob wir uns auch gesehen haben wann sind wir keine spieler die sachen in die minuten zwischen dazwischen ja okay kannst du da ist nichts mehr ja okay weiter stürmen ab ja ne bobana ah mann der stein mensch ich habe geübt ja ist jetzt erst mal den wasser einfach ist jetzt erst mal wasser einmal hier schuhe im dings nach also wo es noch echt viele leute am leben dafür dass es so früh ist also eine reihe hat sich ja schon dezimiert die leute jetzt fahren doch mal ein wenig das ist ganz schön riskant hier ja wenn du die maus gedrückt hält kann da nichts passieren ja wenn ich laufe ja trotzdem die maus gedrückt hat die ganze zeit jedes mal nur klicken ich sehe spieler das war ein grüner name ich sehe entweder das blau oder grün sind doch überall spieler so riesig ist die map auch nicht wenn du so viele leute hast ja ja wohl es sind ja eher teams bevölkerungsdichte bevölkerung die zimieren gold okay ich tue mal das lager abbauen und kommen hierhin ja sonst nicht weil irgendwo ist da ja noch so krass ist er stieb ja 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 hoffst du oder denkst du denke ich und weil ich hoffe dass ich doch trotzdem noch ein teamspiel hier weiter was denkst du von mir kosten das hoffst du von mir wir gehen zu den anderen welche richtung uns meinen wir uns weiter richtung fabi platz immer bitte den wassereimer um hier auch sehr die hier in die ecke und jetzt hier ein danke neues lager freunde der sonne auf my lap moment die macht gar keine videos momentan die ist schwanger neue chest great chest erhält in das mich voran die schulzeit auch einer aus markt das die ganze zeit freunde der sonne gesagt zeugs kann dir dann immer in die öfen tun also so gold und eisen einfach reinhauen nicht sagen alter einfach sagen was los ist man hat erst mal geschrieben hat noch jemanden getötet tränke sind nicht mal bei 0 0 baut weiter ab wir müssen die zeit ordentlich nutzen ich hab panik alle mann panik korona krise mine crack strip mein während überall gegner sind korona krise eis ihr kennt dieses nie mit jemand hat ein blog neben mir abgebaut ich bräuchte gleich mal eine neue versorgte eine arbeiter gewerkschaft gründen damit sie ihren müll da nicht die ganze zeit dann reinschmeißen dann kannst du erstmal mitnehmen ich mache uns ist ein enchanting table dann könnt ihr auch schon anfangen zu entscheiden habe den gefunden ja ganz toll wir brauchen lapis hat jemand lapis sucht weiter lapis wir brauchen lapis benötigen lapis lapis ist auch noch französisch jetzt fängt der trade an uff eine bekommt damage legumba tv kommt oh die kämpfen glaube ich oder feuer damage beides so nice dias hast du old shuriken ist gestorben dias holst du eigentlich wo war nach was nein old shuriken ist gestorben nein old shuriken ist nicht gestorben shuriken hat wen getötet sie steht da geröstet ja while fighting achso während er mit old shuriken wie viel ap haben die denn jetzt das war in der separaten dinge bin einfach afk und sei nicht afk während der battle season du wirst der nächste kriegt damage es geht los geht richtig los das machen wir alles schon oben alter ja wie viel zeit ist denn überhaupt noch wie viel zeit bleibt denn überhaupt zum meinen bis man oben sein muss 45 minuten achso ja gut ein bisschen haben wir noch so leute das ist jetzt die hosenzeit hosenzeit ist die zeit wenn man raus zum einkaufen muss lol wie viele ideas hattest du bobana gefunden zwei ja fabi du kannst ja praktisch zum supermarkt gucken ja dann mal schon zwei schwerter zwei dia schwerter ich weiß nicht ob ich mir das eingebüht habe ich glaube ich habe irgendeinen namen wieder eben gesehen äh kommt mal zurück und gib mal eisen und so ab ähm ich muss auch bestellungen für rüstung mal aufnehmen hosen gibt es jetzt hier drin fabi du brauchst noch einen helm ne dann bist du fertig okay hier bitteschön äh kohl äh hier eisen und sowas kannst du schon in die öfen tun ich hätte gern auch wenn wir dann irgendwann mal genug eisen haben gerne obwohl der ist egal ja das können wir alles machen wir haben noch nicht genug zeugs ich mache mal einfach noch eine neue steinachse willst du eine axt haben? ja ja können wir dann auch alles machen brauchst du ja noch nicht ja ich habe jetzt erstmal einen stein ja weißt du es? so viel hast du noch nicht holz abgefarmt ja doch boom ist was kaputt bock ach so wegen die pilzen vermutlich ne ja kann ich eine neue spitzhackern? äh liegt im ding da liegt auch eine die halb gut ist ist er da und zu gleich mal nach unten die kaputt geht höhle ja warte ich komme hier ist nichts großartig mein eisen ich gehe mal kurz hier in die hülle oben meine keime ich brauche ne schlucht da ist locker lapis ja ja ne schlucht hier ist gold gold lapis lagen sehr viel eisen ist der lapis? nein ich habe gesagt scheiß auf gold lapis äh ok fabi dein job ist es jetzt diese hülle komplett oh pass auf ihr namen alles gut warte warte oh wie ist das halt hier nice da vorne ist lapis komm jetzt gehts los mach wasser platziere wasser alter hier ist eine riesige hülle lass mir hier ein neues lager aufschlagen ok sagt uns wo es lang geht alter da vorne achtung lava ja gehen wir zum alten viel eisen hier ist auch hier 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 platziert das wasser platziert das wasser hier hier sind auch zombies ok ähm kommen wir mit wir gehen jetzt erstmal zurück dann rüsten wir uns aus wir haben nämlich jetzt ein bisschen lapis damit können wir uns schon mal grundausrüstung machen und dann gehen wir jetzt gleich in diese schlucht und machen hier weiter ok dann plündern wir die schlucht merkt ihr mal bitte so ein bisschen wo die schlucht hier ist ok mein fotografisches gedächtnis oh wir sind verloren mach lieber ein screenshot ok komm hier dann jetzt hier ist der ultra versteckt also merkt man dass wir von hier aus ok da wo der enchanter ist so ähm ich tu mal kurz ein bisschen zeugs hier einfach rein wer war das das war ich ok ich hab den weg mit erde markiert so jeder kriegt jetzt ähm eine gewisse anzahl an lapis nutzt die bitte gut ok ja bitteschön bitteschön bobana wo bist du ich hab ein ex aufgesammelt ich hab ein ex aufgesammelt wie hast du jemandem gegeben 6 6 ja dann kriegst du es ja bobana komm wo bist du ja gleich ok jetzt fang an zu enchanten oh scheiße ich hab schaut trotzdem ihr geht bitte die enchantments durch und guckt ob ihr ein flammenschwert bekommt ok ja 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 alles gut alles gut alles gut hallo mein spieler stimmt noch ne hier 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 boah ne ich geb dir was dein schwert stimmt noch was ist jetzt was ja ich verstehe nix wenn die anderen hier rein labern die haben wir den anderen mein ich kann was für ein schwert du hast uff noch kein äh stein äh eisen ok ich hab noch stein ist doch in der kiste schärfe nehme ich das doch am liebsten sehen wir hier schön alle und gucken da rein war kommt geil so meinst du dass jetzt auch einmal einer kommt und uns killt ja ich könnte scharpen das machen ja schade hab nix schwungkraft ja ah schärfe 2 schärfe 2 kann ich mal ein schärfe 2 machen dann nehme ich einfach schärfe 2 wenn ich genug level up alles aber dafür brauche ich auch mehr lapis braucht drei lapis hat jemand noch was noch rüstung was für level brauche ich sieben guck grad wie viele ich hier noch brauche äh ich hab gar nix mehr oder bräuch'n unbreaking ne lass mal ich muss erstmal level kriegen dann so wer braucht welches rüstungsteil noch das ist jetzt auch noch wichtig ähm bonon helm patrick was brauchst du ok bobana moment schuhe haben wir nicht ok einmal schuhe und einmal helm ok patrick hier hast du helm bobana hier hast du schuhe ok 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 tu mal euer zeugs bitte in die kiste was ihr nicht braucht nimm mich gerne mit anders was wenn ich brauche äh so 2 gold der vital ist so krass aufgeräumt alter das gibt's gerne nice bug ja wahrscheinlich at least you try it ok ok was war das kommt mit yes oh feiner jetzt hast du ok alles klar bobana kommst du mit ja ok wir führen euch jetzt in ein geheimnis folge dem dirt folge dem dirt halb ja ok ich weiß ja warte ich mach was äh spieler 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 sammeln und wo ist die haben uns locker gesehen die sneaken ok kommt mit komm mit komm mit die sind in der höhle oder können haben sie schon enchanted ja ok kommt mit komm mit alter das ist unsere höhle kommt mit könnte hin kommen so hat er dich getet hä warum hast du Schaden genommen frage ich mich auch gerade ich hab grad mich mega erschrocken so ihr geht mal bitte einer da oben das gold holen schonmal aber sneak bitte nö sollen die doch kommen alter ich mach die fertig bitte auch noch hier das gold holen auf dem weg da ist noch mehr gold ja ok gut Achtung hier ist dann Lava da müsst ihr ein bisschen aufpassen Fabi wir brauchen deinen Wassereimer so hier ist in der höhle echt viel gold und alles einmal die gesamte höhle bitte durchgehen machst du ein Lager ja ok Minecraft AFK gehen ist nicht sehr klug ja das stimmt Chess ist in der Mitte der höhle da oben ist auch ganz viel gold und so lol Dias nice wie viele oh man das spürt das 3 wer hat noch keine enchantete Brustplatte denke ich gleich einem die kann er dann verbessern hab mich einfach nur gegen Carstens Fehler versichert ja dann äh gab nichts besseres Achtung Creeper Bubane Lava komm her komm her Patrick renn noch nicht weg hat das so alter äh warte bist du Hunger bekommen ey er hat nur noch ein Herz alter äh was ist das gemacht Patrick Patrick ich hab mich nicht mal nach unten gegraben das ist kein Problem das ist kein Problem pass auf ich baue dir jetzt einen Gang dort sprintest du bitte die ganze Zeit und drückst Leertast dass du Hunger verlierst ich mach dir jetzt genug ich mach dir jetzt genug Suppen dass du dich wieder vollheilen kannst ok die gute Taktik die wir letzte Season auch hatten Metagaming ist das ja Metagaming alter nice sehr gut hättest du es nicht gemacht wenn ich nicht gelöscht hätte wäre wahrscheinlich schon gestorben und Patrick war das genügt als Gang okay jetzt einfach die ganze Zeit so hin und her ich mach dir die ganzen Pilzuppen äh hier rein wie viele Herzen fehlen dir? 9 ne? jo böse Lava also Bobby wie sammeln machst du damit immer noch fertig? wie viel Hunger braucht man denn? halbe Keule genügt ok das war nur bei mir die falschen Suppen letzte Zeit jajaja Suppen sind drin sobald so gut aber Bobby da hatten wir halt auch Glück dass es trotzdem irgendwie zu mir ist äh Bubane wie viele Dias hast du? ich hab dich reingelegt nice ok ähm alter wie lange brauchst du denn um Hunger zu kriegen hier? Fliesermaus Krone hast doch erstmal äh ich wollte die ich hatte schon den Eimer ja ich will mir nämlich das Wasser da vorne mitnehmen so und da vorne hat jemand das Gold schon geholt? nein ok dann hole ich mir das eben die anderen Suppen habe ich auch noch die Blumen tatsächlich leg die mal in die chest ruhig trau mich hinten nicht jo ich hab noch nicht einen äh rejoin mal bitte wegen Herzen ich hab noch nicht mal einen ich hab mich jetzt gerade doch mach mal bitte baut ja nicht lang nicht wenn die gerade Skletz und sowas ist ja ok halbe Kolder Karsten geh ja alleine nicht hin dann essen irgendeiner von denen ja mitagaming irgendwer hat ist jetzt ganz kurz an die Kiste gesneakt und hat die ja ja mitagaming so ich hab dir die beiden Blumenarten mal da reingeschmissen das muss ich jetzt ein paar Mal machen oder? hö 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 Karsten wenn du willst können wir da hinten gleich ja bis du volles HP hast viel Spaß äh ich lauf hier was ist Fabi? hä? das Wasser doch äh wir können gleich mal da hinten lang gehen wenn du möchtest da hinten ist nach Höhle nur alleine trau ich mich da nicht hin das Zombie und Sklet weiß auch nicht ob der halt kommt es mitkast Leute äh du hast die Anmod gemacht Patrick Leute wenn es euch gefallen hat lasst gerne wo sie so gerne da und wir sehen uns in der nächsten Folge von Minecraft tschu 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 tschu